Dungeon Fighter ist, wie der Name schon sagt, ein Dungeon Crawler. Wie es in einem richtigen Dungeon Crawler üblich ist, erforschen wir ein Dungeon voller Monster mit einer Heldentruppe. Hier, das ist der Anzeiger unserer Heldentruppe, der sich jetzt hier Raum für Raum durch den Dungeon kämpft. Aber es wird hier nicht herkömmlich gewürfelt und irgendwelche Zahlen addiert. Wir müssen diese Würfel nicht würfeln, sondern wir müssen diese Würfel werfen und die müssen diese Zielscheibe treffen. Der Würfel muss vorher auch noch einmal auf dem Tisch aufschlagen. Dieses Spiel treibt dieses Prinzip echt auf die Spitze. Bei der Medusa muss man es selbstverständlich mit geschlossenen Augen werfen. Und dann, wenn ich mir Ausrüstungsgegenstände kaufe, die Katapult, da muss ich den Würfel, ich lege das hier so hin und muss ihn so schnippen. Es ist ein ganz tolles kooperatives Spielgefühl mit einem vollkommen ungewöhnlichen Würfelmechanismus. Man muss es sich auf jeden Fall angesehen.